hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück so wie ich diese leckere angolanische nationalgericht kumambe zubereitet habe zeige ich euch gerne in diesem video viel spaß mit dem video und 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 So, ich werde jetzt die Hähnchenteile mit Salz und meine Gewürze Ja, so ein bisschen Knoblauch Thymian und Paprika So, dann gut alles verteilen So, Leute Normalerweise wird Muambi Ja, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen Malusi, vielleicht kannst du in die Kommentare schreiben, ob ich das richtig ausgesprochen habe Ja, also mit rotes Palmöl zubereitet Ja, wenn man das aber nicht mag habe ich gehört, dass man Olivenöl verwenden kann Ja, also wie gesagt wenn man kein rotes Palmöl mag oder es nicht bekommt dann kann man genauso gut Olivenöl verwenden Hat man mir gesagt Ja, okay So, dann gebe ich das Öl in die Pfanne Genau So, ich werde jetzt die Hähnchenteile pro Seite für sieben Minuten braten Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, die Hähnchenteile sehen gut aus. Jetzt werde ich die anderen Zutaten nach und nach hinzufügen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt gebe ich die Gemüsebrühe und die Körbisse auch hinzu. So, ich lasse das Ganze für 25 Minuten. So, die Okras zum Schluss auch hinzugehen. So, ihr Lieben, sieht das nicht lecker aus? Mambi, ein Nationalgericht aus Angola. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich auf ein Like und ein Abo freuen. Falls, wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt. Ja, wie immer, danke fürs Zuschauen. Das Rezept werde ich euch in der Infobox verlinken. Bis zum nächsten Video. Tschüss.